Tja, grüße meine lieben Wrestlemaniacs da draußen heute zu wahrscheinlich dem most random 2 count Sunday ever. Also ich habe irgendwie gerade so, ich meine ich habe schon ungefähr einen Plan, was ich labern will, aber so richtig was vorgenommen habe ich mir anscheinend nicht, beziehungsweise geschieht das jetzt einfach, weil ich außen nix Lust drauf hatte und weil ich auch glaube ich sogar gesagt habe, dass es wieder 2 count Sunday heute geben wird. Egal, es gibt heute auf jeden Fall einen. Heute auch mit so ein bisschen Wrestling mit im Gepäck, weil die letzten ein, zwei Wochen doch ein bisschen mehr passiert ist und vor allem manche Tweets von mir irgendwie so nicht ernst genommen wurden, wie zum Beispiel im Hinblick auf die Shield-Sache, dass ich da eigentlich ein großer Gegner von der ganzen Reunion bin und so weiter. Das kommt allerdings noch in einem 2 count Moment extra. Hätte eigentlich am Freitag schon kommen sollen, aber ich war die letzten drei Tage krank mit Fieber. Heute geht es wieder etwas besser, beziehungsweise ist jetzt nur mehr so ein bisschen Schnupf und Halsweh da abborgen, sollte dann halbwegs alles wieder seinen gewohnten Gang gehen. Kommen wir gleich mal zum ersten Punkt, der aber auch das Wrestling betrifft. Und zwar hat er in den letzten Tagen wirklich große Wellen geschlagen, und zwar die Personalie Neville, der ja vermutlich gegangen ist, Raw Backstage so ein Abgang, like es hier im Punk gemacht hat, auch keine Haus-Shows mehr geworkt hat und deswegen hat man den Titelgewinn Kalistus vorgezogen, weil man eben Neville nicht da hatte bei der letzten Raw-Ausgabe. Und ja, nach den letzten Gerüchten wird irgendwie so ein bisschen vermutet, dass der gute Neville, ähnlich wie Austin Aries, auch einfach sehr, sehr unzufrieden war, in dieser Cruiserweight-Division festzustecken. Dass da dann der vermeintliche Relevanz-Schub dann plötzlich bei 205 Live dazukommt mit Enzo Moria, die Ironie, das war dann anscheinend schon ein bisschen too late. Ja, was kann man generell zu Neville sagen? Er ist ein verschwendetes Talent in der WWE gewesen, er hätte durchaus das Zeug gehabt, mindestens Midcard-Titel zu halten. Damals als Face nicht unbedingt, aber als Heal hat er zum Beispiel doch auch seine Rolle am Mikrofon ganz gut erfüllt und als toller Midcard-Heal, also als Midcard-Champion, hätte er durchaus Verwendung gefunden. Also quasi das Gegenteil zu The Miz, also Miss vielleicht bei Raw, Neville vielleicht bei Smackdown mit einem Heal-Midcard-Title-Run. Hätte ihm ganz gut getan und als World Champion ist einfach so eine Frage, gerade bei der WWE von der Größe her, von der Statur, Entertainment, die Fähigkeiten hier in diesem Bereich. Da glaube ich, hätte es für Neville nicht gereicht, aber wie gesagt, zumindest als Midcard-Champion hätte es doch locker gereicht, aufgrund seiner wirklich enormen inneren Fähigkeiten. Jetzt ist natürlich die Frage, wo zieht es den guten Kollegen hin? Also bei New Japan, so viel leichter als neues Bullet Club-Mitglied, ist es so, ich sag mal so, gang und gäbe mittlerweile, dass Ex-WWE-Linge sich den Bullet Club anschließt und dann plötzlich groß werden, siehe Cody Rhodes, oder nur mehr Cody, der American Nightmare und ist jetzt auch Ring of Honor World Champion. Und dass man, dass Neville einfach versucht, sichtlich versucht, wahrscheinlich in den Indies wieder Fuß zu fassen und da einfach seinen Marktwert zu steigern, das, ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Klar, es hat sicher bei der WWE nicht schlecht bezahlt bekommen, aber ich glaube, wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich auch dahin gehen, wo ich einfach ein größeres Standing habe und auch nicht vor Matches oder vor einer Crowd-Wrestle muss, die zu 90% nie Matches drin ist, wenn Neville jetzt in die Indies geht oder gerade zu Ring of Honor zum Beispiel oder von mir aus World Culture Pro Wrestling ist mittlerweile auch eigentlich eine doch größere Indie-Promotion geworden und durchaus eine ganz, ganz gut anerkannte. Man hat jetzt hier mit Marty Skrull einen World Culture Pro Wrestling Champion, der Rang und Namen hat, auch Mitglied des Bullet Clubs ist und da kann man, da kann sich der gute Neville sicher irgendwo einreihen in diesem Gebiet und wie gesagt, somit auch irgendwo seinen Wert so ein bisschen steigern. Drew McIntyre hat es ganz gut getan, Cody Rhodes erlebt jetzt gerade seinen zweiten Frühling und ja, auch zum Beispiel den Drews Robinson, ehemaliger CJ Parker, durfte damals bei Kevin Owens Debüt als Jobber herhalten, als Aufbaugegner oder als Einstiegsgegner, da wurde er dann abgefrühstückt. Der CJ Parker ist jetzt bei New Japan und ist sehr erfolgreich und ist ein sehr guter Wrestler geworden. Also das Match gegen Kenny Omega vor, ich glaube, zwei Wochen war es oder so um den IWG PUS Title, das war richtig stark und da sieht man wieder mal, was möglich ist, wenn manche Leute in der WWE einfach nicht das zeigen können und nicht das zeigen dürfen, was sie können und aber auf einmal außerhalb gehen sie auf einmal auf, in den verschiedensten Rollen, eher vom Charakter, vom Entertainment-Faktor, in Ring-technisch, wie zum Beispiel in der Personale CJ Parker, Juice Robinson jetzt natürlich bei New Japan und Entschuldigung, ich habe noch ein bisschen erkanntet und das ist einfach bemerkenswert und es ist auch irgendwo eine sehr interessante Geschichte und da komme ich jetzt auch gleich zum nächsten Thema, so langsam übergreifend, wie sich die Indie-Ligen jetzt in den letzten zwei, drei, vier Jahren so einen Namen gemacht haben, ja, ich weiß, New Japan ist keine Indie-Liga, es wird oft so verschrieben, es tut mir leid für die ganzen New Japan-Cracks, das ist natürlich nicht wahr, aber für die Allgemeinheit, eben Ring of Honor, World Cup Triple Wrestling natürlich jetzt auch eine Promotion, die am Anfang so ein bisschen belächelt wurde, mittlerweile doch durchaus seine Seriosität darbietet, mit einem Wade Barrett als General Manager oder Stu Bennett, wie er auch jetzt da genannt wird, ich glaube auch, es ist gerade auch sein bürgerlicher Name, Stu Bennett müsste, ist glaube ich wirklich sein gebürtiger Name und ja, und viele, viele andere Ligen und da merkst du einfach auch jetzt in Deutschland mit der WXW zum Beispiel oder eben Progress oder ICW in Schottland, viele Indie-Ligen bekommen durch das Medium Internet einfach einen viel größeren Zuspruch und Aufmerksamkeit, eben weil die Leute jetzt viel mehr Möglichkeiten haben. Früher, wenn ich mir so, keine Ahnung, wenn du vor zehn Jahren in die Liga schauen wolltest, dann musstest du, blöd gesagt, jetzt irgendwo in den Tiefen des Internets, in Internet, fast schon Darknet irgendwo reinkriechen, damit du irgendwo Shows hast verfolgen können in einer halbwegs guten Qualität. Heutzutage ist das gang und gäbe und hast du auch alle Möglichkeiten und einfach aufgrund der Sachlage aktuell in der WWE mit zwei World Champions, die entweder a. nie da sind oder b. irrelevant und Titelschädigend sind im Fall von Chinna Mahal, wo es dann anscheinend auch noch bei der Series ein Champion vs. Champion Match gibt. Liebe WWE, ihr braucht euch nicht wundern, wenn die Hallen immer leerer werden und warum Ligen wie Ring of Honor, New Japan, Pro Wrestling etc. immer mehr Zuspruch bekommen. Wundere mich nicht, dass hier Triple H mittlerweile so hinter Vince McMahon's Rücken verzweifelt versucht sich irgendwie so Partnerschaften mit anderen Indie-Ligen irgendwie zu ergattern im Fall der Frauen-Ligen zum Beispiel Schimmer zum Beispiel oder eben wie zum Beispiel Progress in Großbritannien und viele, viele andere Ligen dann, die da noch gepartnert sind zum Teil und da merkt man, merkt man schon anhand von Triple H, dass der schon gewillt ist irgendwie was zu machen, aber es steht halt da noch Vince im Weg. Das merkst du. Aber anhand der anhand der Weeklys, wenn du jetzt zum Beispiel die NXT-Shows vergleichst, die mittlerweile seit einem halben Jahr auf einem konstant hohen guten Level sind und warum? Weil nicht alle paar Monate drei, vier, fünf Leute von NXT zu den Main-Shows geht, sondern jetzt langsam durch das Women's-Turnier das war, wo die Women's Division extrem aufgestockt wurde und auch jetzt im anderen Bereich wie zum Beispiel Adam Cole, Kyle O'Reilly, Bobby Fish, Drew McIntyre, du hast jetzt Roderick Strong, du hast jetzt wirklich viele, viele, viele Leute, die um den Main-Event, den Tag-Team-Title Bereich antreten können und da merkst du, da kommt was nach und deswegen ist NXT aktuell seit wirklich ein paar Monaten auf einem konstant hohen und guten und wirklich entertainenden Level und das ist das, was den Main-Shows einfach abgeht, vor allem, weil ich nachher gesehen auch finde, dass der Roster-Split zu früh kam, zumindest in Sachen Tag-Team und Frauen-Division und dass man jetzt die zwei falschen World-Champs hat, ist auch Banane, das muss man einfach so sagen und ja, das ist einfach generell, die Zukunft der WWE wird gerade in den nächsten ein, zwei Jahren in Verbundenheit mit Indie-Ligen und Partnerschaften und Abgängen und Neuzugängen, es ist gerade in einem sehr, sehr undurchsichtigen Bereich das Ganze, man merkt, Triple H will so ein bisschen was machen dagegen, aber er kann halt noch nicht oder zumindest nicht in allen Bereichen und ja, das merkt man, wie gesagt, auch in den Weeklys, an den Bookings und ja, bin da schon mal sehr, sehr gespannt, wie es da weiter geht. So, hier jetzt mal zum WWE-Bereich, kommen wir jetzt nun zur Sportabteilung, ja, ich habe mir heute das MotoGP-Rennen angesehen, im OTG, holy shit, das war geil, also Dovizioso, Marquez, eh wieder mal ein Duell, zweier Giganten und ich freue mich für Dovizioso, dass er gewonnen hat, weil ich will, dass der Typ, er hatte schon so viele, sagen wir mal, underrated Fahrgestelle, Motorräder unter seinem Arsch und jetzt mit einer Ducati, die auch im Regen gut läuft, auch auf kurvenreichen Strecken gut mithalten kann, wo die Technologie einfach jetzt auch auf Next Level ist und auch so weit ist, dass man um die WM mitfighten kann und gerade, dass er einen Lorenzo immer wieder abhängt und komplett eigentlich zertrümmert auf der Strecke, das zeigt eigentlich, was für ein großartiger Fahrer Andrea Dovizioso auch in den letzten Jahren schon immer gewesen ist, war glaube ich 250er Weltmeister und war da zum Teil mit Privatteams in der MotoGP unterwegs auf der LCR, Honda und so weiter und jetzt hat er die Möglichkeit auf einer wirklich guten, gut konkurrierenden Ducati, dass er sich wirklich den WM-Titel holt. Ich würde es ihm wünschen, er hat nichts gegen Marquez, aber der hat schon ein paar WM-Titel und deswegen würde es mich freuen, auch für Ducati fahren, das wäre der letzte oder der erste WM-Titel seit Stoner im Jahr 2007, denke ich, dass sich da, wie gesagt, Dovizioso hier das Ding holt und jetzt kommt glaube ich noch Philipp Eiland nächste Woche, Malaysia und dann noch Valencia. Bin mal gespannt, was da rauskommt, schönes Rennen, Pedrucci dritter, hat mich gefreut, auch Zarco stark, Rossi leider wieder ausgefallen, Vinales nicht mehr in der Form der ersten Jahreshälfte und das werden sich wahrscheinlich jetzt auch Dovizioso und ja, Marquez ausmachen, die Geschichte. Dann kommen wir noch kurz zum Assi-Bereich, den versuche ich jetzt ein bisschen kürzer zu halten, weil ja ein paar Leute gemeint haben, ja, Tuka und Sande ist zu viel Assi-YouTube einbezogen, muss ich respektieren, verstehe ich auch irgendwo, es soll nicht immer nur um dieselben Themen gehen, KS-Freak hat zum Beispiel vorgestern einen neuen Song rausgebracht, dessen Beat und auch Stimmlage, Tonlage, Rap-Stil eins zu eins gleich mit einem anderen Song, der vor einem halben Jahr rauskam und ich weiß jetzt den Namen gerade nicht auswendig, tut mir leid, allerdings hat es auch JFK, JFK, noch Kennedy auf Twitter bereits gepostet, habe das dann nachgesehen und es ist halt wieder kackendreist. Den Track selbst kann ich halt überhaupt nicht ernst nehmen, genauso wenig wie KS-Freak selbst ist ganz, ganz klar, und ja, Tanzverbot bekommt seine Möglichkeit wahrscheinlich auf Twitch wieder, ich freue mich irgendwo für ihn, er ist halt wirklich eine, also, das Wort Kunstfigur trifft aktuell auf niemanden so hart zu wie Tanzverbot, es ist wirklich eine komplett eigene Rolle, er ist quasi, er spielt halt seit, er spielt halt sein YouTube lang, spielt halt wirklich eine Rolle, es ist schon irgendwo bemerkenswert, muss man auch irgendwo Respekt und Tribut zollen, er unterhält natürlich auf viele Art und, oder viele Menschen auf verschiedene, Art und Weise, ähm, jo, bin mal gespannt, wie es, äh, da auch weitergeht, aber so langsam, ich meine, ich will nichts verschreien, Leute, November, Dezember kommt, ihr wisst, da ist der CPM, sprich YouTube, man im Höchsten, da kommen wahrscheinlich eh wieder ein Apo Red, aus seiner Gefängniszelle gekrochen, Leon Machère von der Straße, von der Straße irgendwie wieder, keine Ahnung, irgendwo her, ähm, und auch Simon Desi wird wieder mehr Videos machen, also wie eine Bibi und eine Dagi und hast du nicht gesehen, äh, mal gucken, ob es da wieder von Mimi und von Julian Bam, äh, wieder geile Dinge geben wird, aktueller Favorite YouTuber ist Rezo, finde ich absolut genial, sein Song mit Inscope war sowieso super, und Inscope, ja, den kann man sowieso nur abfeiern, in meinen Augen, also beschweren kann ich mich da persönlich weniger, jo, das war's im Prinzip, ne, ähm, heute mal ein bisschen kürzer, so, mehr so ein zusammenfassender Two Count Sunday, äh, weil ich jetzt gerade nicht unbedingt ein explizites Thema habe, was mich so, wirklich, äh, aufregt, oder irgendwie so, was eben auch ein gutes Zeichen ist, äh, und, jo, das soll's gewesen sein, heute mal, wie gesagt, ein bisschen spätere Two Count Sunday, äh, Sonntag, danke übrigens nochmal hier, für, äh, die ganze Unterstützung auf Patreon, ne, also, ihr helft mir da wirklich, sehr, äh, auf der Endcard wird es dann auch wahrscheinlich aufscheinen, äh, werde ich auch jeden Patron dann im Video, äh, nochmal, äh, verlinken, beziehungsweise aufscheinen lassen, damit, äh, die Leute auch wissen, wer mich da unterstützt, und für die Leute, die da jetzt noch gar nichts wissen, ähm, wenn ihr zum Beispiel Live-Actions früher schauen wollt, wenn ihr, äh, an Gewinnspielen teilnehmen wollt, Giveaways, exklusive WhatsApp-Gruppe, Discord-Mod, ähm, im Livestream, in der Previews und Pay-Per-View live dabei sein mit mir, und, und, und das alles gibt's für einen wirklich sehr, sehr kleinen Betrag zwischen 5 und 10 Euro, je nachdem, was für ein Package ihr nehmt, dann über Patreon, wenn ihr mich unterstützen wollt, äh, auch natürlich selbiges geht für Twitch, na, auch wieder Haufen Subscriber und, und Donations, und ich kann mich wirklich sehr, sehr glücklich schätzen, muss man jetzt einfach mal so sagen, Geburtstagsgröße gehen auch hier an Fairs und, äh, SQ raus, ne, die haben heute Geburtstag, SQ wird 17, Fairs 20, zum Geburtstag viel Glück, und, äh, ja, wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend, Nacht oder Morgen, je nachdem wann ihr dieses Video seht, und sage, Schaut da rein, schönen Sonntag noch, Morgen aus, Tschüss. Bis zum nächsten Mal.